tja willkommen zum nächsten spiel ich glaube hier gibt es keine deutsche übersetzung click to progress so schade mal gucken ob was noch deutsch einstellen können licht aus und kopfhörer auf wir haben keine spracheinstellung auch schade opt out of webcam und computer profile name utilization sommer fies vor allem die webcam ist an den anderen rechner dran ja der hat der verzerrt ja eine ecke ich weiß okay wir sind wieder auf englisch aber gucken wir mal viel spaß bei wir haben das gefühl dass du uns nicht ernst nimmst ach entity exam keine erwähnung von der vermissten valerie oder den tapes die wir hier liegen ging ja auch nicht diesmal werden wir ein bisschen mehr zu seiner heimat eine alte aufnahme war es ach das ist liegt an uns wir sind in diesem in diesem dings drin groß zurück wir sind von dieser bösen fbi spezialeinheit das geräusch wird immer schlimmer nicht gucken nicht gucken doch das ist aber unangenehm jetzt habt ihr mein kennwort da gesehen mist also ich traue mich jetzt gar nicht das einzutippen guckt ja das will ich auch hoffen dass es hier keiner guckt grafikfehler hat keiner jetzt jetzt kann da gucken warum ist es 1991 alter ich mach mal den ton bisschen runter ok weil es doch ein bisschen arg lästig ist ok ich drehe es nachher wieder hoch weil das rauschen weg ist ok face detection ich muss mal irgendwie gucken dass ich den chat hier irgendwie in der nähe von der kamera hin packe wenn ich auf den chat gucke dass ich euch angucke das ist gut gesichtserkennung situationstraining doppelerkennung entity 101 ok wir müssen das erstmal durchführen damit wir das examen machen können ok grouty rd research there has been one constant entity who possess human characteristics are the most violent deceptive and are the greatest threat to public security it is imperative that agents have the skills to not only detect potential threats but fast grd has found the one year agent fatality rate goes down from 34.7 per 100 to 26.2 per 100 after taking this model and being proficient in this skill using your cursor click on the face in the image in the allotted time distractions may be employed begin die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lesson 3 Follow Mission Protocol Deviation from Mission Protocol endangers yourself, coworkers, and data collection. Assisting civilians is strictly forbidden unless stated otherwise in Mission Protocol. Reminder, the punishment for deviation is termination. In 1990, Agent Redacted was on a mission studying an entity. The entity was located at Agent Redacted's house. Agent Redacted tried and successfully saved his wife. Agent Redacted didn't follow protocol and both him and his wife were terminated. Na teuer, hat seine Frau gerettet, damit die Agent sie in die Bildung umbringt. This concludes the refresher. We will not remind about these topics again. See your supervisor if you have questions. Okay. Reminds protocol. A multiple question quiz about these topics will now commence. Oh god. Begin. An entity has killed your partner but is no longer exhibiting hostile behavior. What should you do? Evidence collecting, ne? Ist das die perfekte Zeit und Daten zu... Oh, süß. After mission an entity unknown, they followed you home. Okay. Eine Entität ist nach Hause, ne? Ähm. Ich hab's versucht zu erschießen, ähm. 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 Ist widerstandsfähig, ne? Du bist in der Ecke gefangen. Was solltest du tun? Na, ich kann nicht wegrennen. Terminate self. Terminate self. Terminate self. Terminate self. Genau. Schmerzhaft... äh... Schmerzlosentone. Ähm. Ähm. Ich habe wertvolle neue Daten gesammelt über eine Entität. Du hörst deinen Partner, wie er oben nach Hilfe schreit. Ähm. Du weißt, du könntest jetzt so problemlos die Bedrohung neutralisieren, die deinen Partner attackiert. Was solltest du tun? Wegrennen. Ich hab die Daten. Ist doch logisch. Geil. Ähm. Ähm. Du hast einen nicht stören oder nicht einschreiten Befehl, ne? Auf einer Mission, um eine Entität zu studieren. Die Entität tötet Zivilisten. Eine ist dein bester Freund. Ähm. Du hast eine Waffe dabei, die stark genug ist, um die Entität zu zerstören. Was solltest du tun? Naja. Daten sammeln. Ähm. Du hast, ähm, deinen Vorgesetzten oder sowas ähnlich, ne, dabei belauscht, also nicht aktiv natürlich, wie er darüber sprach, ähm, Daten vom ERD zu liegen. Ähm. Du bist besorgt, ähm, dass du, ähm, möglicherweise dafür, ähm, Ärger bekommen würdest, ähm, um dieses Problem zu lösen. Was solltest du tun? Ähm. Rekord und Report. Ach, äh, gleich terminieren. Na gut, ja. 4 von 5 ist, äh, das ist ein guter Wert. Jetzt wird's lustig. Da haben wir die Kraut. Da haben wir die Kraut. In einem Uncommon und Dangerous Entities, special training on Doppelganger Detection was created. Originally thought to be its own entity type, the Doppelganger is rather a class of Entities who visually and audibly mimic humans. Doppelgangers can be detected from their abnormal features. The most common attributes to look for are loose skin, missing features, and incorrect features. Further classification of the Pelltengers can be made by observing the abnormal features, for example, skinwalkers always have loose skin. However, identification is covered in a difference module. Using your cursor, click on the Doppelganger amongst the humans. Begin. 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 Das ist schwer. Mischling. Also, wenn ein Wolf und ein Hund... Pff, ja, genau. Hm, ja, vielleicht. Immerhin, 14 von 15. Ey, das ist meine Abteilung. Kenn mich aus. Bilderkennung. Ich bin gespannt, was hier passiert, wenn wir unsere Exe machen. Okay. This training module is to practice quick reaction skills on determining if something is a friend. Or a don. Answer in the elogged time. Elf, it will be marked incorrect. Okay. Begin. Äh, da kommt ja ein schon spätes Bild. Ich bleib mal lieber auf Abstand. Vor allem läuft die Zeit schon vorne, ja? Eindeutig keine Bedrohung. Reicht langsam. Irgendwas passiert jetzt. Ich guck mich hier. Irgendwas brüht mich gleich wieder an. Ach, das geht auch mal weg, das Bild. Was ist da aus dem Bild, da kommen denn noch? Ist doch voll Beschiss. Bin nur zweitklassig. Schade. Erschießen. Regen. 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 Was? Ah, so! Was für eine Giraffe? Keine Chance. Ja, ja, ja. War falsch, Aaron. Somebody leave me here. Somebody leave me here. Get out of my eyes. Was zur Hölle? Guten Abend, Wolf. Wer spricht denn da? Hallo? Hallo, hi, wer spricht denn da? Ja. Wat? Ed, listen to me, I'm out. Ed, listen to me, I'm out. Für die Immersion. Ed, listen to me, I'm out. 1, 2, 3, 4. Moment, ich drehe mal lauter. Okay. I want to play with me. I want to play with me. I want to play with me. Why don't you play with me? I want to play with me. I want to play with you. 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 I'm so cold. So cold. Jack, is that you? Jack, is that you? Jack, is that you? What? Jack, is that you? Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, leck mich Ich bin jetzt durchgefallen Aber 5 von 6, okay, gut Jetzt mache ich mal leiser, jetzt kommt die Entität This led to the founding of the Entity Research Department The ERD goal is researching entities to protect the public but more importantly, finding utility in entities and where they come from The leading theory of where they come from is backdoors, yet no physical evidence has been found yet That's where you come in Begin Begin Entities are given an ID but are often given a nickname Some entities are given a class that link them to a family of entities Entities are classified in three ways Threat level, containment, and utility each rated by five levels Entity, E549 Nickname, Shadow People Class, Doppelganger Threat, moderate Containment, extreme Utility, significant Shadow People, or Night Terrors Torment their prey during night When there is low visibility Often in bedrooms When the prey is sleeting Paralyzing their prey during sleep Shadow People will ominously lodge from a distance It isn't known why shadow people choose to kill As they will often torment the same subject for many years But when they do, the victim isn't touched To the civilian world it seems the subject died in their sleep The research goal this year is finding out how shadow people choose their prey And if this can be influenced If so, E549 could be used in advanced interrogation techniques Entity, E718 Nickname, Matronic Class, Machine Threat, low Containment, easy Utility, moderate Matronics take the form of animatronics Playful figures that appeal to children Matronics prey on children with no known case of an adult victim It isn't known where matronics bring their children prey However, they are never seen again Pass auf, ich muss die Dinger merken und lernen Matronics, although dangerous, they are easy to terminate and capture The past 5 years Agents of ERD-Children have been targeted by matronics Ich suche explizit nach thematischen Spielen Google, Steam, Tech-Suche Agent children, and how to redirect their targeting Entity, E59 Nickname, Skinwalker Class, Doppelganger Threat, severe Containment, moderate Utility, significant Skinwalkers Skinwalkers are ancient Chapa shifters usually taking the form of animals and uncommonly humans, stealing their skin in the process Skinwalkers are incredibly violent and when killed leave behind nothing but their body vector Skinwalkers have a hard time replicating the natural movements of creatures they take control Skinwalkers can often be identified by unusual eye size or loose skin The research goal this year is finding a systematic way to identify skinwalkers 99% of the time And finding out defensive measures that can be taken to prevent loss of possession of body Entity, E59 Nickname, The Rake Class, Dull Threat, moderate Containment, moderate Utility, low After the elimination of the Windigo, a new creature has seemingly taken its place in the Midwest of America and Southern Canada Humanoid in shape, The Rake has varying sized limbs but usually conforms to a white pasty color skin Rakes hunt at night and humans are their favorite prey Rakes are susceptible to gunfire yet are incredibly agile and thus hard to shoot The research goal this year is finding out the cause of their resurgence and the correlation after the Windigo eradication Is there a point of taking out entities if there is always a bigger fish? A brief quiz will now begin 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 Crick Oh, kein Shatterman Oh, schade Mist Habe ich gar nicht gesagt Eh Eh What gives away that this eh uh Skin Die Männer Upwards figure So, now I'm sure people kill their prey after how long I miss 3 Tage Ah Er Ähm, are you able to terminate an entity? Nein, terminate it yourself. Ja, ja, study more. Wir kommen jetzt zum finalen Test. Na toll. Und ihr habt mich abgelenkt. Ist klar, dass ich nicht bestehe. Ey, das ist nicht zentriert. Das ist ein Doppelgänger. Da ist ein Gesicht. Ach du Scheiße. Das ist... Das... Did you check the latch? Yeah, the one on the right, right? Daten sammeln. Ich glaube, terminieren. Okay, passt. Keine Bedrohung. Keine Bedrohung. Keine Bedrohung. Keine Bedrohung. Are you serious? Keine Bedrohung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gehen wir hin Gehen wir hin Observieren, das geht halt nicht anders Shadow people Ich hab Bestand, ich bin willkommen im Team Cool Yeah Ich guck nicht hin Da gab's Voice Actor Achso ja, wegen der Stimmen, stimmt ja Ja Next game that returns to first person found footage Und wie heißt es? To be announced Ja, also Okay Das war Also es war schön zu erfahren, was es so für Entitäten gibt Aber es war das schwächste Teil Weil das doch für Nicht-Native-English-Speaker doch ziemlich schwierig war Das durchzuziehen Aber warum auch nicht Es ist eine Reihe, es ist kostenfrei Und dafür, dass es von einer Person umgesetzt wurde Ist es super In diesem Sinne Vielen Dank Fürs Zusehen, liebes YouTube Und Bis zum nächsten Lancaster League TBA Ciao 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 Ciao